Das ist Riem ala Bali-Radoban und sie ist die jüngste Staatsministerin der Bundesregierung. Ich will heute wissen, wie tickt sie privat? Sagen Sie, wollten Sie schon als Kind Politikerin werden? Nein, erst wollte ich Astronautin werden und dann Archäologin. Wie viele Sprachen sprechen Sie eigentlich? Ich spreche Deutsch, Englisch, Arabisch und ein bisschen Assyrisch und ein bisschen Französisch. Sie boxen ja in Ihrer Freizeit. Wie oft war die Nase schon gebrochen? Noch nie, weil ich nicht in den Ring steige. Und die von Ihrem Mann, der ist ja Profiboxer. Er sagt, sie wurde noch nie gebrochen. Glauben Sie ihm das? Nein. Telefonieren oder WhatsApp? Beides. Veggie oder Fleisch? Veggie. Mecklenburg-Vorpommern oder Berlin? Mecklenburg-Vorpommern. Letzte Frage, wer ist Ihr Vorbild? Ich habe kein bestimmtes Vorbild. Viele Menschen inspirieren mich. Zum Beispiel auch Olaf Scholz, aber auch meine Eltern und mein Ehemann.